Heyo Leute! Bei einem komischen Projekt. Und zwar spiele ich Battle Fury- OOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wo ist der Sound? Wieso hab ich keinen Sound? Habt ihr einen Sound? Jetzt höre ich Sound, okay. Doch, Sound ist da. Was war das denn? Warum war denn so lange kein Sound? Okay, und zwar- OOOOOHHHHHHHHHH Nimm mich mit. OOOOOH Ah, ihr nehmt mich echt mit. Hey, bitte. Bitte, lande. Lande, lande. lande nehme ich mit kollege er landet dann hat er für mich hallo hallo wie kann ich dir bescheid sagen hallo nein fliegt nicht weg und wir sind gegner das panzer und zwar nicht direkt durch was das denn was hier los ok und zwar bei battlefield 4 aber wer ist noch nicht weiß ich bin der schlechteste ego shooter spieler der gesamten welt es gibt niemanden der schlechter ist ich habe kein aiming ich habe kein taktisches verständnis dafür das einzige was ich kann nicht ich glaube irgendwo hin leg mich hin und nimm irgendwas mit ein so und es ist eigentlich nur ein übergangsprojekt weil es liegen deutsch ist ja zu ende und ich gucke auch streng auf die uhr weil hier versuche ich einfach nach 15 minuten aufnahme zu stoppen und dann schneide ich zusammen was irgendwie sehenswert ist oder zumindest in die richtung sehenswert geht die frames die bleiben auch sehr wichtig natürlich auch nur in niedriger dings auf ich sehe es natürlich jetzt ein viel geiler kann ich natürlich jetzt auch niemand erzählen wie es geil ist wie geil das jetzt hier aussieht wenn keiner das so richtig sieht wirklich nehmen wir mal eine hoch hallo funktioniert nämlich mit nämlich mit was ist mit den helikopterflieger warum nehmen die eigentlich mit wo fahr ich hin denn es macht jetzt nicht vorzugehen kommen fahr doch schneller hat irgendwelche tipps für mich besser ziehen kann weil ich bin ich ich würde echt gern gut ziehen aber ich kann es nicht das tut mir leid leute es tut mir leid das ist ja jemand hallo nope ist da jemand drin hallo nope oh da vorne ist was hallo wieso bekriegen wir uns eigentlich alle im krieg wollen wir nicht mal freundlich miteinander umgehen aber ich habe getroffen ich bin der beste so sollen wir den jagen wir sind jetzt die die hunter ich bin der jäger ihr seid die beute wir sind die jäger attack und heiten mega gut wer es noch nicht gesehen hat sollte es sich das definitiv geben oder schon angeschlagen die machen ich das sehr glücklich hier aber wir treffen zumindest hält aber schon was aus oder sind einfach nur so schwach oder zielig falsch weil ich habe das gefühl ich treffe den relativ oft wo ist er jetzt ja das ist ein richtiger panzer ist jetzt auch nur so ein bisschen er ist auch nur so ein bisschen was wir haben raus ich habe mich selbst gekillt ich habe mich selbst gekillt ich habe eine granate geworfen und bin nach vorne gerade und selber reingelaufen ich bin der beste ich bin der beste ich bin wir schauen uns mal ein heli ich bin schon einer nehmen fliege ich easy was viele nicht wissen ich bin der beste heli flieger aller zeiten ich habe auch den deutschen heli flug ohren im deutschen fliegen wo solchen hinfliegen spiel ist noch heil die kann man auch benutzen noch alles gut wir haben einsatzteam foxtrot erobert wir haben foxtrot erobert er ist stark glückwunschteam gute leistung wie hoch kann man denn fliegen ich kann immer so hoch fliegen wie es geht und dann runterspringen aber ich werde geballert das ist dann falle ich einfach mal da ist ein jeep Leute wir haben ein fahrzeug das ist unser heli ey der gibt immer noch der heli ist ja one of a kind ah jetzt ist der kaputt wie kann ich denn in die außenperspektive wechseln weil ich fühle mich ganz schön cool wenn ich cruise guck mal no hands no hands weißt weißt oh äh tut mir leid ah meep ah foxtrot wurde neutralisiert dann gehen wir mal da vorne hin oh äh 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 bin ich tot nein weiter äh öh ähm lösen wir wieder davon vorhin ah ko hallo ist eh jemand ich hoffe nicht der nicht mehr schlecht ich kann niemanden töten bitte deswegen lasst Bohr kann niemand sein in Die Flagge switcht nicht. Das heißt, hier ist jemand. Ich werde auch beschossen. Das könnte auch ein Zeichen sein, dass hier jemand ist, wenn ich beschossen werde. Ich verschlitte von links. Vorne ist einer. Vorne ist einer. Da sind sogar zwei. Äh. Äh. Ciao, bitteschön. War nett mit euch. Ciao. Wiedersehen. Wenn ich renne, sehen die, wo ich bin. Ach, die wissen eh, wo ich bin. Die sind genau hinter mir. Alter, sind die schlecht. Die können die mich nicht killen. Ich meine, ich bin auf der Minimap für die sichtbar. Ich meine, ich sehe die auch auf der Minimap. Ich bin gerannt nur. Warum wissen die nicht, wo ich bin? Also, ich wüsste jetzt, wo ich bin. Und ich bin schlecht in diesem Spiel. Was sagt das über dich aus, Gegner? Reflektier mal dein Handeln. Was sagt das über dich aus? Alter, wir holen echt die Flagge. Oh, was ist das denn? Fliegen des Bedürns. Okay. Das ist so lustig. Weil ich jetzt hier rumkriege, dann haben wir den Punkt neutralisiert. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe noch nicht einen einzigen Gegner gekillt. Ich sehe nur oben das fliegende Zeug. Erobert. Loll. Ich bin nicht der Letzte. Und da sind Fahrzeug. Hallo, Fahrzeug. Cruisen. Ne, da wird mir schlecht. Da wird mir schlecht, wenn wir so cruisen. Oh, das ist ja ein Flugobjekt. Ich wette. Ne, ich passe mal auf. Wahrscheinlich gehört das hier. Ach, das war ein Gegner. Das war ein Gegner, der da war. Ah. Das war ein Gegner. Warum sagt das denn niemand? Also das hätte ich gerne, hätte ich gerne gewusst, dass das ein Gegner war. Ist es schon jemandem aufgefallen, dass ich der schlechteste Spieler bin auf dem ganzen, gesamten Planeten? What? Okay. Ach. Ich glaube, auf dieser Map bin ich einfach schlecht. Also ich bin generell schlecht. Das können wir festhalten. Auf dieser Map bin ich noch mal extra schlecht. Mich noch mal extra schlecht, weil ich die falsche Klasse habe. Ich glaube, ein Pionier ist hier cool. Und immer Helis am Start. Außerdem, weil ich bin der beste Heli-Flieger aller Zeiten. Komm mal raus. Komm, Luftfahrt, wieder hierher. Sofort. Ja, ich komm doch. Oh Gott, komm ich noch ins Gebiet? Nee, ins Nick unten. Eigentlich ja. Ah, schön. Okay, was machen wir jetzt, Leute? Wir haben hier eine ganz gute Aussicht. Wenn wir gut wären, könnten wir vielleicht versuchen, den da zu schnaffen. Aber ich bin nicht so gut. Warum wollen wir nicht landen? Oh, ich versuche da drauf zu landen. Ich versuche da drauf zu landen. Das geht doch bestimmt. Eroberung, Kontrolle. Was? Ich hab nichts gemacht. Man kriegt ja echt die Punkte nachgeworfen. Hey, du hast überlebt. Ein paar Sekunden. Hier, krieg ein paar Punkte. So, 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 so. Landen, landen, landen. Nein! Nein! Ruhe Feindpräsenz in der Nähe. Okay. Dann sind wir hier schon mal richtig gut gefunden. Haben wir ihn gekillt? Wir haben ihn kill. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Wir haben ihn abgestaubt. Oh mein Gott, jetzt hab ich alles gesehen. Jetzt hab ich alles erlebt, was ich erleben wollte in diesem Spiel. Jetzt muss ich noch dich aus der Luft fischen. Dann fühle ich mich wie Gott. Das wär ja lustig, wenn das ein Gegner wäre. Okay, man muss sich auch nicht immer fühlen wie Gott. Man kann sich auch einfach mal gut fühlen. So. Da vorne went jemand. Etwas. Äh, komm. Hab ich den? Hab ich den? Nein. Okay. Hätte mich aber auch verstört, wenn ich ihn hätte. Aber den da. Na. Habt ihr schon mal jemanden aus dem Himmel geholt? Ich weiß, das schreibt irgendwie. Quack Kid. Kevin. Habt ihr schon achtmal aus dem Himmel geholt? So eine Scheiße. Ich hab dir ein D-Abo. Du spielst ein Spiel, was du nicht kannst. Und trotzdem Spaß drin hast. Warum hast du Spaß im Spiel, was du nicht kannst? Da vorne geh ich da hin. Der dampft nämlich. Hä? Und genau jetzt hab ich keinen Schuss mehr. Yo, schlechtes Timing, würde ich sagen. Söge ich dich reparieren? Ich reparier dich. Ich reparier dich. Also es macht Schaden, okay. Das wusste ich nicht. Hätte ich meine Schüsse nicht so verschwendet, hätte ich jetzt einen Panzer zerstört. Und wenn du noch nicht abgeschaltet hast, tut ihr spätestens jetzt, denn der erste Part ist zu Ende. Ich werd mal die Map wechseln. Das ist so eine Map, wo ich vielleicht ein bisschen mehr reißen kann. Wo es auch ein bisschen Nahkampfmoves gibt. Weil ansonsten kribbel ich nur ein bisschen rum. Und ich kribbel eh schon genug rum. Deswegen sag ich mal bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.